so jetzt sind wir wieder zurück in Spintires und da wollen wir mal schauen ob wir unseren Verunglückter hier irgendwie rauszogen kriegen, da hängt er schon selbst drin mit dem riesigen Stall da drunter. so jetzt wollen wir mal schauen ob wir das mit der Winde nahe kriegen da na wo ist die Winde? ach wann hat sich der Motor starten? ah ok alles klar wo ist die Winde? hier na lass mal ziehen oh 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 geht das so? da können ja alle mitfahren, das ist blöd so wenn ich das jetzt löse, oder hoffentlich nicht mehr wieder rückwurzrutsche ok so alle sparren wieder ein, handeln sie los ah der sieht doch, der hängt immer noch auf dem Stall, oder? da hat sich volle Kanne festgefahren, oder? ja wahrscheinlich hilft doch nichts, als dass wir dann andere da herholen, die beiden weißt du, wo ich denn sonst anhängen soll da, oder? da ist kein großartiger Baum in der Nähe, wo ich denn anhängen kann der da vorne, aber der ist zwar nicht weg ok jetzt schauen wir mal wo ist denn unser anderer? ah der ohne spendet Kraftstoff ja Gott der muss halt los und den holen, ich kann den mal das ist halt dumm gelaufen, ne? ah der tankt hat er ja, ne? so ups, was ist denn das hier? hat er die grafigen Vogel wieder? ach komm er springt die grafigen wieder das ja nachrichtung Norden stimmt ja auf jeden Fall, Mascha ne? und dann hier links rüber und dann da hoch ne hier raus sind wir ja, Stahl oder langsam nur die drüber eigentlich das beste wäre, na hier entlang und da drüber dann also Richtung Osten das wäre zu steil ja komm durch ja komm durch ja eigentlich hätte er hier rum, also ich das außen rum da kriege ich den ja gar nicht so ich müsste ihn eigentlich rückwärts rausziehen ja oh man oh man also gut, dann wieder gut und und müssen wir jetzt da runter? ne eigentlich müsste man Gerardius Richtung Westen da hat er Mühe rüber, gell? oh 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 da 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 hat er na 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 da wäre jetzt die gleiche Falle gefahren wie der andere oder was? da hat er das gerade ersχ ah da muss ich aufpassen wie der ein Steiner da ja, das stimmt oh da muss ich aufpassen wie der Steiner da für eine spezielle brücke jetzt links weg so 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 Jawoll. Richtung Nordosten. Das ist hier runter. Ah, diese bläde große Sterne da. So, jetzt müssen wir doch bald dann. Was ist er denn? Wo ist er denn, der Kerl? Er müsste direkt... Dann darf er vor uns sein, ne? Machen wir das Licht denn? Wo ist er? Okay. Hier durch. Ah, das müsste gehen. Ja, da ist er. Ah, hier sind die blöde Steine aus dem Wegwasser. Ne, gefällt mir nicht. So, stoppi. Kriege ich denn so? Wahrscheinlich nicht, oder? Er müsste jetzt da rausziehen. Da... Ah, das reicht mir ein bisschen. Shit. Du hast ihn wirklich heads. Waaah... Ah, da ist er doch hin. Mir ist er da vorbei und... ...den Vorwärts raus ja. Ja, das können wir na ja auch mal. Ach, die Kamera macht mir ein. Stopp! So, jetzt müssen wir vor dem es sein. So, jetzt müssen wir vor dem es sein. Jetzt müssen wir das Fahrzeug weg sein. Ja. So, dann lassen wir es sehen, Junge. Jawel. Nein, 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 nein. Das war der falsche... ...woll ich hier Fahrzeug wechseln, ich musste... ...und ziehen. Also gut, neuer Versuch. ...denn, hierher... ...und ziehen. Wie kriegt der denn jetzt nicht so, oder was? ...und das raus... ...und man jetzt... ...wollt... ...und dann... ...und dann... ...und dann... ...und dann... Dann kommen sie an, dann die Winde, hierher und ziehen. Nein, der kriegt ja nicht raus, der steckt so, wie du das. Ich muss den hinten rausziehen, sonst können wir jetzt so wie er neu ist, ich muss nochmal wieder raus. Heidewetter war... Und dann die Kamera, da kriegst du die Krise von der Seite. Wo ist das denn? Wurde, wo ist das denn? Nein, nein, nein. Also letzter Rückwärts. Hier und hier. Jetzt Moment, wie rumfährt er jetzt da vorne? Also, mal hier entlang. Boah, ist der hier drin oder wo glaubst du das? So. Handbremse los. Okay, so müsste man eigentlich... Ich kriege... Fahrzeug wechseln. Wolle ich rein, das Fahrzeug... Oh mein, ich... Ah, ist das doch echt... Die Kamera ist echt so ein Dreck. Ich will das Fahrzeug wechseln. Den hier, jawoll. Wer sich das ausdenkt hat... So, einmal... Anhängen. Und ziehen. Wenn ihr jetzt noch sehtet... Wir haben dem seine Räder labert. Komm, komm. Ist okay denn mit dem nicht. Ziehe da. So war es mit dem nicht. So war es mit dem nicht. Oh mein. Okay, dann wieder zu dem Fahrzeug. Oh Gott, der ist immer weiter drinnen da. Der hat ja hinten lauter so Steine da drunter. So ist ja nun mal so einer drunter. Ich muss dann irgendwie... So, jetzt pass mal auf. Kriegen wir das hin. Und dann... Hat er nur... Neue Winde da. Neue Winde da. Na, dahinter haben wir noch immer noch einen Teil von der Winde. Ach, mischt. So, hier ist eine... Wo können wir die hin? Daher? Können wir da noch irgendwo anders anhängen? Scheiß da. Ich sag da nicht anhängen kann und... So, da fährt der. Das ist doch Kacke. Ich will ja nur... Da fährt er rückwärts. Das ist Willi nicht. Oh Gott. Nein, Mann. Ah, Dreck. Das ist der Einzige, wo ich ihn anhängen kann, du. Das ist der Einzige. Oh Gott. Ist nicht wahr nix. Ist nicht wahr nix. Aber da sitzt ja noch viel mehr auf den Steuern auch, wie vorher. Ach, ich weiß nicht wie den Rohstoffepräger sind. ich krieg ihn halt mit dem nicht raus zu holen ich krieg den nicht raus zu holen ist ja blöd anhängen oder ein vollgas gär da sind eine riesige steune am weg jetzt machen wir da aus machen wir den wieder kann mir der kraner dabei helfen die steune weg sind da ob ich ihn so ein bisschen hoch ziehe hier hoch vielleicht wäre das besser ok hier 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 ... Waaah! .. .. .. ... .. Untertitelung des ZDF, 2020